Danke. Das ist der Paul gewesen. Der ist jetzt schon schön am Anfang der Aufnahme drauf. Ja, hallo Paul, ich begrüße dich. Hallo, es ist mir eine Freude. Er ist jetzt hier so spontan in meine Aufnahme reingekommen, sozusagen. Beziehungsweise die Aufnahme ist spontan hier reingekommen, sagen wir es so. Die Idee kam vorher, dass wir die League of Legends spielen. Wieder eine Runde Aram. Ich habe den Yi bekommen und ich glaube, du hast den... Wen hast du bekommen? Timo, ne? Timo. Ja. Gegen Ash, Azrael, Raius, Akadi und Vettelstix mit Sona, Arthrox, Wayne, Timo und Yi. Und ich glaube, das wird eine gute Runde. Mal gucken, was... Ich muss erst mal Items kaufen, bevor ich das wieder vergesse. Habe ich nämlich vorhin auch schon wieder vergessen. Oh, wir spielen auch diesmal von der anderen Seite. Das ist meine erste Runde von dieser Seite, sozusagen. Hm. Und ich habe 18 FPS. Das ist super. Oh, schön. Nein, es geht einigermaßen. Es regnet nur manchmal irgendwie. Am Anfang habe ich von Aufnahmen immer so viel und dann später wieder 40, 60, 70 FPS. Beziehungsweise mehr als 60 kriege ich sowieso nie in League of Legends. Egal, ob ich aufnehme oder nicht. Hm. Aber es ist schon nervig mit 22 FPS. Naja. Besonders wenn dann so Frame-Einbrüche kommen, wo man dann auf einmal 6 FPS hat. Schöne an Timo und Aram ist, dass du, da du ja keine Worts stellen kannst, wenn man nur Schwierigkeiten hast, in Büsche zu gucken. Ja. Timo ja, aber seine Pinsel. Richtig. Richtig. Und ich warte gerade noch. Ich reagiere gerade nicht so viel. Weil ich warte, dass meine 5 FPS weggehen und ich habe jetzt wieder 14. Das ist besser als 5. Achso, stabilisiert sich wieder? Okay. Gerade. Ich weiß nicht, wie es gleich ist, weil irgendwie spackte das vorhin auch schon so. Und gestern hat ja mein League of Legends auch gespackt, wie du gemerkt hast. Hm. Und mein Internet sowieso. Komplett. Da hatte ich irgendwie 6 Reconnects in dem Game, weil ich die ganze Zeit irgendwie weg war und er wieder da war. Und dann hatte ich so einen komischen Error, den ich nicht kannte. Maestro-Error halt, ne? Der sagt viel aus. Beziehungsweise eigentlich nicht. Ich sollte nicht am Gebüsch stehen bleiben. Ähm, ja gut, die Ash wäre down. Eigentlich. Sehr schön. Oh, mit meinem Q. Hast du es geschafft. Ja. Mit meinem Q. Das hast du natürlich total berechnet vorher. Ich habe eigentlich ja jemand anderen angegriffen, deswegen habe ich es nicht berechnet, aber mein Q macht ja allen sozusagen Schaden, die da haben. Ja, die nächsten 4. Ja, kann sein. Und dann den ich angreife, oder? Ja, klar. Genau. Bezählt von dem ersten, den du angevisiert hast. Ja, die Ash waren nur halt, glaube ich, low life. Kolliteralschaden. Was will ich jetzt zählen? Bitte. Und. 1, 2, 3. Jetzt habe ich nur 3 angegriffen, schade. Das ist, glaube ich, maximal 4, ne? Ja, up to 4 enemies. Genau, dann kann ich ja da ist dann halt. Ja, was gut ist, in Aram heilen für Yi. Das ist echt OP. Weil du kannst dich einfach immer wieder voll heilen. Ist bei mir jedenfalls so. Da bist du ständig im Tiefwald biskrisse und natürlich ständig deine Resets, weil ständig irgendwo jemand stirbt. Okay, das war gefährlich von dir, aber wir kriegen sie, wir kriegen sie, wir kriegen sie. Yes. Und die nächsten. Oh, guck, da habe ich was Gutes gemacht hier. Sehr gut. Probe jetzt hier. Ich bin zwar auch fast gestorben, nur durch mein Heilen habe ich es noch hingeschafft, dass ich nicht sterbe, aber trotzdem. Und ich habe auch jetzt wieder, also es ist flüssiger mit 40 FPS jetzt. Sehr gut, ja, sehr schön. Ich habe auch das Heelding bekommen. Die Sona tut mir leid, die hat sich anscheinend geschlossen. Ich habe Sona, ich muss Support spielen. Dabei ist das ja Aram, Spiel, was du willst, Sona. Hä, wieso Bot? Wo hat die, hat er es geschrieben oder was? Nee, überhaupt nicht. Aber die Items, die sie hat, rechnet für einen Support-Bild. Ja. Das wäre jetzt einfach ein Mage bauen, macht sehr viel Spaß. So, ich heile mich jetzt voll. Ich schaffe es sowieso nicht voll zu heilen auf diesem Level. Oh, ich werde getötet. Ich rette dich, ich rette dich. Problem ist, du darfst da nicht weglaufen. Also du darfst, musst weglaufen. Wärst du noch auf den raufgegangen, glaube ich auch, dann wäre er down gewesen. Kann sein, ja, ich denke auch. Ja gut, ich gönne mir jetzt einfach die zwei, die da stehen, mit meinem Coup. Wenn ich jetzt den hier angreife, den Viertel, dann sollten die anderen auch beide down sein, wenn ich es richtig berechnet habe. Und ich habe es falsch berechnet, weil mein Coup irgendwie nicht ready war gerade. Ich bin schon gut. Bin jemand wieder innen dran, der etwas von Sky? Ja, ich guck mal nach. Das kenne ich. Die sind immer so, die schreiben dann einfach so an, weil sie wissen, dass du online bist. Und... Das nervt nicht. Oh, mit meinem Coup habe ich den Typen angegriffen, der mich während des Heilens angegriffen hat und habe ihn gekillt. Das heißt, ich habe schon 2-0. Das ist eine gute Runde für uns. Für mich auch. Und Bryce stirbt auch. Ja, oh, gut. Ashley, komm, komm, komm. Ja. Ich habe den Fall noch rausgekriegt. Wird es ja ein Gift sterben? Nein. Okay, ich habe eine Runde. Wenn du jetzt einen Coup auf die Minions machst, dann ist sie tot. Oh, pass auf. Ja, Coup auf die Minions bringt es nicht wirklich, wenn da 4 Minions stehen, ja. Irgendwann stimmt meine Maus gerade nicht. Ja, jetzt ist es wieder. Huh. Ich habe mir eben eine Folge live. So, jetzt muss... Mein Coup ist ready. Aber die 1. hat sich geheilt irgendwie. Ah, ich glaube jetzt auch, Ulri. Ich würde sagen, die Bogen sind doch gelöten. Hallo. Was greift er da im Geburtsein von Fronzo an? Schweinebeil. Was machst du, Fiddle? War das Fiddle? Sticks? Ne, wir haben gar nicht mehr. Ne, das war Atrox. Atrox. Ja gut, die Ashes ist auch gleich down. Ein Coup. Ja gut, die ist... Danke. Hast gut gemacht. Kommst du mit dem nächsten und krieg ich den noch? Ja, Heal ist einfach... Tropical, doch. Gif, okay. Das heißt, einer lebt noch von denen. Okay, mittlerweile auch wieder zwei. Ich brauche nur leider Leben. Und wenn da Leben kommt, nimmst du jetzt hier. Oh, das ist eine gute Idee. So ein Pilz hinzusetzen. Ja, ne? Sehen die Pilze, ne? Ne, ne. Das heißt... Es gibt ein Item speziell, das erlaubt, unsichtbare Traps zu sehen. Das ist der Hext. Du könntest theoretisch sogar sterben, wenn du in den Pilz reinläufst, oder? Ja. Wie viel Schaden macht so ein Pilz? Jetzt noch nicht besonders viel. 200 plus 71 Magic Damage. Okay, das ist nicht viel. Oh, 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 oh. Ich finde immer die Leute lustig, die einen beim Heilen angreifen. Die denken immer, beim Heilen kriegen sie mich. Aber ich weiß nicht, wieso. Wenn ich mich heile. Das war super schön zu beobachten. Sie war aber einfach nur verwirrt, warum ich noch nicht tot war, weil sie ja blind war, als sie mich angriffen. Ja. Horkshot. Und da, was macht der Viertel? Den Viertel hätte ich eigentlich bekommen müssen. Oh Gott, ich bin 50% unserer Tode. Und das ist ja. Ja, super. Nur weil du einmal gestorben bist. Wo steht? Der Dirk ist da. Jetzt, jetzt, jetzt. Aber ihr habt sie. Zum Ausgleich. Wir kriegen auch den Viertel, der da ist. Ne, Ezreal ist das. Mit einem Double Kill. Oh, geh weg da. So. Oh, was mit meinem Kuh? Ja, mein Kuh, ey. Das geht echt ab. Ich wollte eigentlich nur den einen angreifen, aber anscheinend stand dahinter noch irgendeiner. Ich bin noch kein einziges Mal gestorben. 5-0. Das ist gut für uns. Du könntest darüber nachdenken, wenn wir es mal schaffen, das gesamte gegnerische Team zu töten, in den Tower zu rennen, um dich umzubringen. Ich weiß. Okay. Das bedenke ich ja auch. Einfach, weil ich keine Items kaufe. So, dann könnte ich das jetzt gut machen, zum Beispiel. Wobei, hier. Wenn die sowieso lowlife ist, lohnt es sich eigentlich nicht zu überleben. Also, außer wenn halt gerade noch das ganze Team von den anderen da ist. Nein, nein, nein. Ja, das macht der gegnerische Ezreal. Der ist manchmal merkwürdig. Jetzt habe ich schon wieder 19 FPS. Das geht jetzt ein Auf und Ab. Und ich habe mein Attempting to Reconnect. Ah, da ist er ja. Hast du das gemerkt, dass ich weg war gerade? Ja, ne? Ne, in ganzer Weise. Okay, weil ich Attempting to Reconnect hatte. Jetzt wieder gut? Ja, es ist, ja, ja, sonst wäre ich ja nicht da. Oh, jetzt klingelt das Telefon bei uns hier. Aber ich gehe einfach nicht ronnen. Ich muss irgendwo anders rangehen. Oh Gott. Ich wollte das nicht, aber wenn die nach hinten rennen und ich meine Kuh auf die mache, dann bin ich so gut wie tot meistens. Ich hatte volles Leben eben noch. Komm. Es leckt echt gerade. Ist das ein 1-1-Tausch? Oh. Soll ich mich killen? Ich weiß es nicht. Ne, noch nicht. Ja, Problem ist, es leckt. Nach dem Töten ist es meistens wieder weg, das Lecken. Das Telefon klingelt. Okay, es klingelt jetzt nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr töten. Das ist gut. Achso, deshalb. Ich dachte, du meinst, es ist rein strategisch gewesen. Ja, auch rein strategisch. Irgendwann musst du mal sterben, das stimmt. Ja, ich habe schon 3.700 Money. Oh, der Azuriel ist tot, ey. Der ist tot. Oh, Mensch, hallo. Was macht der denn da? Oh, sie lebt noch. Ich habe auch gemerkt, dass sie gelebt hat und bin dann lieber da rausgegangen, weil ich mich kenne. Ich sterbe da. Gut. Im Gebüsch ist einer gewesen. Mir ist dabei auch nicht bei uns. Warum? Weg damit. 6.0. Und die sind beide. Oh, da müsste ich jetzt nur noch hochkommen. Ich müsste da hochkommen, die wären beide tot. Ah, shit. Ulti lohnt sich nicht, Ulti lohnt sich nicht. Auf die, weil ich es leckt. Und dann würde ich keinen von denen bekommen. Ich renne einfach rein und lasse mich dann töten. Scheiß drauf. Gut. Bin tot. Ähm, hab aber jetzt genug Geld. Shit, ich konnte nur 2 Items kaufen. Mir fehlen 200 Geld. Ich hätte noch kurz warten müssen. Kannst du nur noch kurz warten? 200 Geld ist hier in Aram relativ schnell geschafft. Äh, ja. Mir fehlen 150 noch. Außerdem bin ich noch 6 Sekunden tot. Aber die überrennen euch gerade. Sozusagen. Mir fehlen noch 100 Geld. Soll ich echt noch warten oder soll ich eben rauf? Weil die beiden wären tot. Der TIE und der NT. Hier ist es? Ja, du kriegst dann wieder Reset und kannst direkt weitermachen. Ja, komm. Und da Kali hat keine Möglichkeit, die zu schaffen. Ich bin auf dem Weg mit meiner Ulti. Ja, gut, der eine ist jetzt tot. Ich bin auf dem Weg mit meiner Ulti und dann sind die beiden down. Ich probiere es. Komm. So. Sehr schön. Das hat mir ein Kill gebracht und jetzt habe ich genug Geld. Aber jetzt lasse ich mich erstmal nicht sterben. Würde es jetzt nicht lohnen. Hm. 7-1. Sagst du gerade, oh, der S-Rail ist bestimmt jetzt gefährlich. Ich weiß, 1-5. Oh, ja, okay. Gut, dass der mal einkaufen durfte. Ups. Aus dem gegnerischen Team? Ja. 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 Ey. So. Läuft jetzt wieder. Ähm. Ja. Das Spiel ist, ich bin da irgendwie anscheinend rausgeklickt, habe ich anscheinend oder so auf meinem zweiten Bildschirm. Das mag sein. Passiert mehr. Passiert mehr. Soll ich auf 100 Geld noch warten? Ja, kanns machen. 100 Geld ist relativ schnell. Okay. Hast recht, das geht wirklich schnell. Zerstört mal einen Tower, dann geht das noch schneller. So. Ich habe echt wenig FPS gerade in letzter Zeit und ich habe auch eine hohe Auslastung, gerade von 45 Prozent, warum auch immer. Okay, 45 Prozent CPU-Auslastung, ich habe sonst mal 13. Schön, mein Pilz. Oh, komm schon, S-Rail. Yes. Ja, hast du gut gemacht. Hast du Ignite auf die gemacht, oder? Nee, Pilz sind meine, also sind die Helfrune halt gelaufen und da habe ich einen Pilz drauf. Okay, ich bin jetzt da. Jetzt trauen sie sich, mir reinzulaufen. In die Pilze? Auf die Helfrune, ja. Wollen sie gerade nicht machen, weil sie dachten, es war ein Pilz drauf. Ist die da reingelaufen, weil sie sich heilen wollte? Ja, sie ist reingelaufen, das war das Schöne und S-Rail stand neben mir. Also S-Rail hat nicht mal den Fehler gemacht und durch Akalis Verhalten musste er ja dann sterben. Okay, drauf. Fiddle ist down. Nein! Siehst du das? Mit zwei Strichen entkommt er, beziehungsweise eigentlich mit einem halben Strich. Er hat sich nur geheilt wieder. Da, Fiddle, down, irgendetwas anderes down. Gut. Schön, oh, lol. Ich habe noch eingekillt. Ja, das Bild hat mich schnell genommen gesteckt. Okay, ich habe eigentlich niemanden angegriffen, aber so lange ich Kills mache, ne? Tch, triple kill. Okay, ein Level 13 schon. Das hier lauft hin. Mach mal den Tower kaputt, ich brauche den. Kann ich dir markieren, ja, ne? Ja, der ist gleich down. Hast gleich 150 mehr. So, bitteschön. Wundervoll, das genau so passt. Klasse. Da komme ich angerannt. Arm and ready. Der traut sich, der Viertel traut sich auch nicht zu kommen und gleich spawnen wir Super Minions. Wir spawnen Super Minions. Jetzt hast du noch mehr Geld eigentlich. Ja, ich bin schon von weg. Aber das macht ja nichts. Das ist ja alles für mich. Waha, waha, waha. Hm, dann einen Minilien und hier noch einen Minilien. He, he. Komm. Was? Wieso bin ich tot? Uff, muss ich death the recap mal angucken. Und bitt, 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 und bitt. Ich habe zwei Sorcerer's Shoes gekauft. Reliant. Jetzt habe ich den einen einfach wieder verkauft, brauche ich ja nicht. Ah, super. Aber ich habe 11 zu 3, ich habe eben ein Triple Clear gemacht. Fast ein Quadra, aber da bin ich irgendwie vorher gestorben. Ich weiß auch nicht wieso, anscheinend habe ich keinen Heal eingesetzt oder so, oder habe es vergessen. Oder habe nicht auf mein Leben geachtet, oder so. Der Pilz ist perfekt platziert. In dem, äh, Live-Ding. Und jetzt bin ich... Oh, ich bin gerade durch das Live-Ding durchgelaufen. Ne, das war nicht ich. So, dieser, äh... Hier, ist das Sona? Ich glaube, Sona ist da durchgelaufen, durch das Heal-Ding einfach so. Das mit dem Pilz ist eine gute Idee. Fiddle, komm her. Ja, gut gemacht. Tschüssi. Komm, Sprenger Mann. Habe ich so gesehen, dass er mich anspringen wollte. Ähm, äh, Swain? Ne, es war Swain, ja, ne? Ne. Sona hat gerade ein Double-Click gemacht. Ja, habe ich auch gemerkt. Sona? Ja, oh, hm, hm. Okay, ist dann mit Ashi los. Die Magical Systems, ne? Ziemlich. Macht er so wenig Schaden? Die macht echt wenig Schaden. Deswegen traue ich mich auch einfach auf die drauf zu gehen. Obwohl ich auch beim, äh, Tower bin. Und keinen Schaden vom Tower bekomme. Ich glaube, die kümmern sich erst mal um die Creeps. Die sind schon beschäftigt mit denen. Hier ist eine Hellfrunde, wenn jemand möchte. Ne, ne, ich hab. So, dann hat sie auch gebraucht, dass er keine mehr 100 Grad hat. Mir fehlen 200 Leben. Hm. Okay, es wird mehr mehr. Ey, was machten die denn da? Sterben. Ich merke es. Godlike. Ich sterbe leider zwischendurch immer. Ich verstehe nicht, was mein Coup gerade in letzter Zeit macht. Es hat gerade irgendwie keinen einzigen Kill mehr gemacht. Das finde ich schlecht. Das ist, weil Sona so unheimlich stark ist und es gerade alle tötet. Ich merke. Ist Sona noch schon mal gestorben? Nein, 7028. So, jetzt aber. Has lain the ante. So, 15. Oh, da ist einer tot. Da ist gleich einer tot. Da ist gleich einer tot. Komm. Hexagonia has lain irgendwen. Nein. Ja, komm. Ich hab den Tower getankt. Ich hab's gemerkt. Oh, hier. Ich hab so viel. Ich hab gerade irgendwie 1200 Damage vom Tower bekommen. Einkassiert. Während Ezreal und so nichts gemacht haben. Ich hasse diesen Sog von der, dieser Strahl, dass du von der herangesogen wirst, weil da kannst du nicht weglaufen. Ja gut, jetzt hab ich 272 Ability Power. Sollte eigentlich reichen. 13,4 hab ich jetzt. Das ist okay. 272. Hm? Ich hab 319. Ich bin auch angeben, man ist gut. Aber du hast die Wicht, ja. Ich hab 353 jetzt. Oh, okay, ich bin gewinnst. Ich bin gewinnst. Ich bin gewinnst. Und ein Speed von 419 und 0,69 Attack Speed. Äh, 0,96. 127 Attack. Ja. Naja. Und 49 Magic Resistance. Damit gewinne ich bestimmt. Gegen alle, die Magie haben. Oh, 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 oh. Oh, die sind alle lowlife. Oh, aber jetzt bin ich nicht da gerade. Komm, gönnt euch sie. Gut gemacht. Und jetzt, ich könnte jetzt alle drei holen eigentlich. Problem. Problem ist, ich bin nicht da. Jetzt bin ich da und jetzt sind die weg. Na, schade, Sona hat ihn gemacht. Auch mal. Gern den Cord rein gekriegt. Na ja, gut. Sona kann eigentlich noch mehr Kills vertragen. Ähm, 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 ich tänke gerade ein bisschen. Ich auch. Guter Punkt eigentlich. So, voll. Aber jetzt ist es gerade so richtig dumm. Wollen wir euch da einen Pilz hingestellt? Da sehen sie die Gegner hin. Warum sehen die ihn da? Weil Türme und sich bei Reinheiten auch decken. Ups. Ups. Hey, könnt ihr mal weggehen hier? So, jetzt, weg da. Ja, gut, ist mir schon wieder tot. Eben so. Ja, ich merke es von Akali, mit der ich gestern noch richtig schlecht gespielt habe. 15-0-Power gegen 20. Verschwindet, Dorans Ring. Ja, Dorans Ring habe ich auch zwei Stück, aber die müssen auch gleich reichen. Hingegen Sonja, Sourglass mit 120 Ability Power. Okay. So, jetzt, äh, dieses neue Ding, äh. Leandrass Tormen, diese Maske für noch mehr Magic Penetration. Guck da hin, ey. Die wären alle down gewesen, wäre ich da gewesen. Jetzt bin ich wieder da. Ich versuche mal jetzt. Sona don't die. Nein, nein, Sona. Und ein Ace. Okay, wir sind mittlerweile alle schon wieder da, glaube ich. Ja, nur Sona ist tot. Komm, Ulti. Ich mach mal meine Ulti ein bisschen. Ja, ich komm, ich komm mal mitgerannen. So. Oh. Nee, ich hab sie alle gekriegt. Ich hab's gemerkt. Du holst sie auf einmal. Ich renne da so durch mit meinem Kuh und auf einmal sehe ich nur, dass ich eh einen Kill bekommen habe. Naja. Ach, wir haben schon wieder Ace. 9.4k Gold. Geil. Du? Nee, Sona. Wo sehe ich das? Hat sie gerade geschrieben mit dem Chat. Ach so. Ace. Hat sie sich nichts gekauft, die Sona, weil die nicht gestorben ist. Die ist gar nicht gestorben. Die hat nur nicht Start-Items die ganze Zeit. Fail. Naja, gutes Spiel. Definitiv auch mein Bestes auf Aram. Runde Sache. Oh, mäßig Schabbel.